Willkommen zu Camping und Wohnmobil News und Neuheiten. Alle Links, Foren und Produkte auf WOMO-Blog. In der Ausgabe 4 2022 berichten wir euch wieder über aktuelle Zubehör- und Techniktrends, Highlights aus Foren und Facebook-Gruppen und was uns in den letzten Wochen im Internet so aufgefallen ist. Die Sonne scheint wieder länger und es wird draußen wärmer. Endlich kann auch wieder gebastelt werden. Denn ich höre es schon, ja bis hierher aus allen heimischen Werkstätten schallt der Ruf, bis zum Urlaub muss es fertig werden. Und wer es nicht selbst machen kann, braucht einen langen Atem. Die meisten Werkstätten sind schon jetzt bis zum Herbst ausgebucht, wenn sie denn überhaupt Teile und Solarpanels und so weiter bekommen. Was haben wir denn heute für euch? Da wäre zum einen eine Kühltruhe, die den Namen auch verdient und die bis minus 22 Grad einfrieren kann. Ein genialer Sicherungsklip für die Markise, nicht nur kompakt, sondern auch günstig. Die günstigste Trenntoilette, nicht nur für den Kastenwagen, ist da. Wir haben einen Markisen-Windschutz von Fiamma getestet. Die normale Toilette lässt sich umbauen zu einer Art Trenntoilette. Wir stellen euch den Gefahren- und Blitzerwarner vor. Für starke Nerven zeigen wir euch, wie man nach einem Unfall ein Wohnmobil wieder perfekt repariert. In den Foren geht es um 3D-Druck fürs Wohnmobil. Ja, und Bücher haben wir euch auch wieder mitgebracht. Aus der Reihe Kleine Auszeiten und ein tolles Buch zum Wandern und Camping. Das verbindet beides miteinander. Wenn ihr WOMO-Blog folgt, habt ihr es mitbekommen. Ich bin beim Skifahren gestürzt und daher etwas gehandicapt. Jetzt würde ich euch gerne erzählen, dass es eine knallharte schwarze Piste war. Ja, wir sind, als gäbe es kein Morgen mehr, bis die Oberschenkel brannten, bei Neuschnee auf den steilsten Pisten gerast. Aber nein, es ist kurz vor dem Lift und auf einem absolut flachen Stück, ohne jeden Hubbel und ohne Fremdeinwirkung passiert. Die Sehnen in der Schulter sind gerissen, ein paar Rippen gebrochen. Ja, und das Schulter-Eckgelenk hat es wohl auch erwischt. Die OP steht morgen an und daher kann es sein, dass die Mai-Ausgabe der News und Neuheiten ausfällt. Heute hingegen geht es noch einigermaßen und deswegen starten wir jetzt mit den News im April. Druma Cooler und das Druma Cooler Battery Pack. Der Sommer kommt mit Macht und bei 35 bis 40 Grad muss das Bierchen schon schön kalt sein. Dafür gibt es die Cooler von Druma, die wir uns zum Ausprobieren haben schicken lassen. Kühltruhen gibt es ja viel, aber Druma hat sich einiges einfallen lassen, dass diese Kompressor-Kühlbox einzigartig macht. Und das Wichtigste dabei ist für uns, dass man jetzt mit einem speziellen Lithium-Akku, der heißt dann Druma Cooler Battery Pack, die Temperatur 18 Stunden lang völlig autark halten kann. Dazu gibt es sie in verschiedenen Größen, sogar mit separatem Eisfach. Diese Box hier ist die C36 mit 35 Liter Stauraum. Es gibt sie auch klein, aber auch dreifach so groß mit 104 Liter. Und dazwischen gibt es auch Zwischengrößen. Schaut am besten mal bei Druma rein, Link unten im Text oder auf homoblog. Die C36 bekommt ihr ab 935 Euro im Campinghandel. Ich verlinke euch Fritz Berger, dort ist sie derzeit verfügbar. Das ist ja mittlerweile auch so ein Thema. Ihr seht schon, das Teil ist äußerst robust gebaut. Für echte Outdoor-Freaks fest genug, dass man drauf sitzen kann. Die Ingenieure haben sich da einiges einfallen lassen. So verschwindet der Griff komplett im Chassis, was das Verstauen einfach macht. Man kann den Klappdeckel bei einigen Modellen auch umbauen, sodass sie von der anderen Seite zu öffnen ist. Das kann ja wichtig werden, wenn ihr die Kühlbox fest verbaut. Im Van oder in der Heckgarage kommt man so immer gut an die kalten Sachen dran. Richtig genial ist es im Inneren. 35 Liter. Hört sich im ersten Moment nicht viel an, aber durch die zwei Ebenen da drin, bekommt man da genug für den Urlaub unter. Und der Rest außen herum ist natürlich zur Dämmung. Denn man muss halt bedenken, dass das gute Stück bei minus 22 Grad herunterkühlen kann. Da lässt sich dann einiges auch einfrieren. Und wer es als Kühlschrank benutzen möchte, der bekommt viel an. Ja, ihr seht schon, Sekt und Bier kaltgestellt. Und sogar stehend. 1,5 Liter Flaschen passen auch rein. Dafür sind in den kleineren Modellen sogar oben Aussparungen im Deckel. Es gibt die Kuhle mit zwei getrennten Fächern. Also dann hat man hier vorne nochmal ein Eisfach und der Rest ist dann Kühlschrank. Ihr könnt die Truma Cooler mit Landstrom betreiben und aus der 12 Volt Steckdose vom Fahrzeug oder von der Aufbaubatterie. Und wieder richtig genial. Schließt einfach beides an. Und je nachdem, was an Strom kommt, schaltet das Gerät automatisch um. Ziehe ich den Stecker vom Landstrom ab, schaltet die Box sofort auf 12 Volt um. Zum Schutz der Batterie schaltet die Kühlbox unter einer bestimmten Spannung dann ab. So wird eure Batterie nicht tief entladen. Solltet ihr das mal vergessen. Und wer jetzt noch ein Solarpanel an der Batterie hat, der holt sich quasi den Strom zum Kühlen direkt aus der Sonne. Bei der C36 reichen laut Truma 50 Watt aus. Das ist jetzt meine Einschätzung. Mit 100 Watt-Panel seid ihr auf der sicheren Seite, auch bei Trübenwetter. Durch den eingebauten Kompressor ist das natürlich deutlich schwerer. Aber dafür bringt ihr auch im heißen Auto volle Leistung, das bei geringem Stromverbrauch. Ein wirklich nettes Gimmick ist die Truma-App. Damit wird die Kuhle gesteuert. Einfach die App herunterladen, den QR-Code hier vorne scannen und schon sind die beiden verbunden. Jetzt lässt sich die Temperatur einstellen und auch der Batterieschutz in drei Stufen auswählen. Geht natürlich auch ohne App. Hier vorne an der Steuerung könnt ihr selbstverständlich alles auch einstellen. Auch noch cool ist die Möglichkeit, sein Handy hier zu laden. Also hier vorne ist ein USB-Stecker. Und für mich das absolute Highlight der Box. Der Flaschenöffner ist doch cool. Absolut perfekt diese Kühlbox, durchdacht und ausgereift. Sieht noch dazu gut aus. Und am Lagerfeuer und am Strand lässt sie sich als Sitz nutzen. Gefällt uns wirklich gut. Link zu Fritz Berger unter dem Text oder auf homoblog. Wurmi-Fix ist da. Der wahre Erfinder der Schraubheringe hat wieder eine neue Idee. Ich habe euch schon öfters Wurmi vorgestellt und wir stehen total auf diese Profi-Würme. Für die Markisen gibt es nichts Besseres. Mit dem Profi-Wurm kommt man selbst in verdichteten Boden. Einzig auf Fels mussten wir einmal kapitulieren. Aber da hielt dann auch kein Erdnagel und kein Herring. Ernst Otto Göre, der Erfinder hier der Wurmi, hat mich mal gefragt, ob er nicht eine Halterung für die üblichen Markisen-Füße entwickeln sollte. Damals hatte er mir mehrere Ideen gezeigt. Ich sagte ihm, dass die Idee mit den Schäkeln, also das sind diese U-Teile hier, die man zusammenschrauben kann, völlig ausreicht. Da geht nichts kaputt, da hat man immer alles dabei und auch bei Wind kann sich nichts lösen. Aber es ist natürlich eine ziemliche Fummelei, bis man das U an den Markisen-Fuß bringt und dann die Schraube durch das Loch friemelt und festschraubt. Machen wir mehrfach täglich, denn die Markisen lassen wir nie stehen, wenn wir weggehen. Zu schnell ändert sich das Wetter und wer mal gesehen hat, wie so eine Markise übers Wohnmobil gehoben wird und welche Schäden dabei entstehen, der geht lieber auf Nummer sicher. Haben wir in der Schweiz in Lauterbrunnen mal selbst erlebt, da waren mit einem Windstoß Dutzende Wohnmobile zerstört. Klar haben wir auch die Stürmlein, auch von Wurmi. Die haben sogar hier oben diesen speziellen Clip, das ist wie ein Anschnallgurt, da ist die Markise im Nu auf und ab gebaut. Nur das Gefriemel hier unten mit dem Schäkel, ja das dauert halt ein bisschen länger. Bis heute. Denn ganz exklusiv darf ich euch heute den Wurmifix vorstellen. Eine kleine Erfindung, die das Arretieren der Markise nun so viel einfacher macht. Einfach den Markisen-Fuß wie gewohnt auf den Profi-Wurm setzen, den Wurmifix einstecken und einhaken. Fertig. Jetzt mal ehrlich, das ist doch genial. Sieht dann mit Markisen-Fuß, ich habe mal einen mitgebracht, so aus. Dafür liebe ich die Tüftler von Wurmifix so. Da wird nicht mit bunten Kunststoff umhergeworfen, das ist echte Ingenieurskunst. Und erst wenn man weiß, wie viele andere und viel komplexere Ideen verworfen wurden, bis dann dieses Minimumanteil dabei herauskommt, ja dann kann man die Leistung richtig würdigen. Einfach großartig. So easy. Wieso ist da vorher eigentlich keiner auf diese Idee gekommen? Also wenn ihr in Zukunft eure Markise sichert, dann bittet mit den Profi-Würmern und dem neuen Wurmifix. Wir hatten dazu schon mal einen Clip zu den Profi-Würmern, verlinke ich euch. Die Profi-Würmer gibt es im Set komplett mit dem Wurmifix, ihr könnt aber zu einem späteren Zeitpunkt die Wurmifix einzeln kaufen. Die Produkteinführung von Wurmifix wird nach Ostern sein. Ich teile euch das auf Womoblog dann mit, dann wird euch auch final der Preis mitgeteilt. Also am besten Womoblog abonnieren oder auf Facebook und auf Instagram folgen. Alle Links auf Womoblog oder unten im Text. Boxio, Toilet, Toiletten in Vans und bei Selbstausbauern sind ein ganz großes Thema im letzten Jahr gewesen. Und oft, zu oft wird unterstellt, dass in einem VW-Bus oder einem Minivan auf Caddybasis keine Toilette vorhanden ist und die Besatzungen für die Häufchen rund um Parkplätze verantwortlich sind. Das ist natürlich blanker Unsinn, denn die Kastenwagenfahrer haben längst ganz eigene Toilettenideen. Früher waren das diese Porta-Pottis. Hatten wir selbst lange Zeit in den 90er Jahren oder heutzutage eine Trenntoilette. Manchmal selbst gebaut, noch öfters fix und fertig, aber nicht ganz billig. Boxio bietet nun eine Trenntoilette für gerade mal 149 Euro an. Und das Ganze auf Eurobox-Basis. So sind die Boxen stapelbar und kombinierbar. Mein erster Gedanke war, ja und wie sitzt man jetzt drauf? Ist das nicht zu kantig, zu eckig? Drückt das nicht in den Popo? Also draufgesetzt und ihr seht schon, da muss man tief runter. Ist ja klar, wer wenig Platz in der Höhe hat, der begnügt sich halt dann mit der ganz kleinen Box. Aber man kann die Box ja auch stapeln. Also einfach eine kleine Eurobox drunter gestellt und man sitzt schon deutlich höher und hat noch für ein paar Utensilien Stauraum. Oder noch höher, wenn ihr das wollt. Ihr seht schon, das lässt sich gut anpassen und in die untere Box passt dann wie gesagt das Zubehör. Schauen wir uns mal die Details an. Wie bei Trenntoiletten üblich hat man einen Trenneinsatz. Vorne fließt der Urin in einen Kanister, hinten die Fäkalien in einen Eimer, gegebenenfalls in einen Beutel. Der Eimer fasst 5 Liter, der Urintank ebenfalls 5 Liter. Je nachdem wie oft man die Toilette nun benutzt, reicht das von 1-2 Tagen bis zu Wochen. Aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass zwei Erwachsene, ältere Leute wie Nadja und ich, 5, 6, ja auch 7 Liter Urin am Tag produzieren. Also muss man den Urintank hier im Blick behalten und täglich leeren. Der Fäkalteil hält dann wirklich locker eine Woche. Allein oder wenn man die Toilette nicht oft benutzt, wahrscheinlich deutlich länger. Das Entleeren ist einfach. Der Trenneinsatz lässt sich hochklappen und bleibt dann stehen. Der Kanister hat einen Deckel mit einer Membran, dann spritzt er auch bei einem Schlagloch im Auto nichts raus. Und ein Deckel fürs Tragen zur Entleerung liegt auch bei. Der Fäkaleimer lässt sich auch verschließen, der Deckel passt dann hinten rein. Lobenswert ist die Tatsache, dass die Jungs und Mädels von Boxio an die Nachhaltigkeit denken. Sowohl die Box wie auch der Trenneinsatz sind aus recycelndem Kunststoff und das immerhin zu 90%. Dazu achten sie auf kurze Lieferwege und produzieren komplett in Deutschland. Die verwendeten Schrauben sind alle aus Edelstahl, sehr lobenswert. Die Story der Macher von Boxio hat mich außerdem herzhaft zum Lachen gebracht. So schreiben sie auf ihrer Internetseite, dass Arvid, einer der drei Köpfe von Boxio, ein Tiny House aus einem Bauwagen baute und eine Trenntoilette entwickelte, weil die, die es am Markt gab, ihm nicht zusagten. Also wurde getüftelt und gebaut und am Ende war klar, dieses Wissen nutzen wir für die Entwicklung einer eigenen Trenntoilette. Also haben David, Arvid und Stefan aus dem schönen Rostock unterschiedliche Prototypen entwickelt und die Familie, so schreiben sie, durfte zahllose Geschäfte auf den Prototypen verrichten, bis schlussendlich das perfekte Format und Zubehör entwickelt war. Ich stelle mir das halt bildlich vor, wie alle gemütlich im Kreis beieinandersetzen und die Toiletten testen. Herrliches Bild. Auf jeden Fall ist etwas Gutes dabei herausgekommen. Eine kostengünstige Trenntoilette, nicht unbedingt die hübscheste, aber mit Sicherheit eine der günstigsten, die jetzt den Markt ganz schön aufmischen wird. Wenn euch das Thema Trenntoilette interessiert, ich habe ein Compendium vor einiger Zeit darüber gedreht, schaut doch mal rein. Ach ja, und zum Thema Sitzen. Ja, durch die Eurobox ist das schmaler und ungewöhnlich, wenn man drauf sitzt, aber es funktioniert völlig unkompliziert und man gewöhnt sich ganz schnell da dran. Außerdem gibt es bei Boxio noch diese Clips, mit denen die Euroboxen sicher zusammengeklippt werden. Dann wackelt auch während der Sitzung nichts und während der Fahrt können die Boxen sich nicht lösen. Die Clips könnt ihr bei Boxio im Shop kaufen. Sechs Stück kosten 9,90 Euro. Oder, und das finde ich echt super, ihr ladet euch für den 3D-Drucker die Datei bei Boxio kostenlos herunter und drückt euch die Teile selbst. Boxio arbeitet schon an weiteren Produkten, wie einer Waschbox, einer Kochbox. Ich denke, wir werden noch öfters von den Jungs hören. Tolle Idee? Danke, Boxio. Alle Links im Text, unter dem Video oder auf WOMO-Blog. Fiamma Blocker Pro Letztes Jahr standen wir mehrere Tage an einem See und wir dachten, es wäre gut, wenn wir vor der Markise eine Plane hätten, die dann den Wind abhält und abends die Wärme unter dem Dachlänger hält. Ein Zelt von Fiamma, den Safari-Room, haben wir zwar auch, aber das nehmen wir nur mit, wenn wir längere Zeit auf einem Platz stehen. Ansonsten ist uns das auf einem Roadtrip einfach zu schwer. Und so hat der MacGyver Jürgen, eine blaue Baumarktplaner, an der Markise eingezogen. Hat für die paar Tage gereicht, sah aber echt doof aus. Hatte jedoch den gewünschten Effekt. Daheim habe ich dann gesehen, dass es sowas bei Fiamma auch passend gibt und natürlich viel schöner. Sogar mit Fenster. Also gleich mal bei Fiamma bestellt. Kostet im Handel um die 130 Euro. Kommt auf die Höhe und Breite eurer Fiamma-Markise an. Verlinke ich euch unten im Text oder auf WOMO-Blog. Das Schönste ist, das Fiamma Blocker Pro wiegt gerade einmal 3 Kilo und es gibt das Teil für alle gängigen Markisenbreiten. Und wer möchte, kann vorne sogar noch Gardinen einziehen. Die Halterungen sind schon vorgesehen. Aufgebaut ist das gute Stück in wenigen Minuten. Auspacken, auseinanderfalten, sich einig werden, wo vorne und hinten ihr hinkommt und dann in die untere Schiene einziehen. An den Seiten festklippen, da würde ich mir festere Gummis wünschen. Bin gespannt, wie lange die halten und unten am Boden bei Bedarf im Boden fest verankern. Oder einfach nur außen mit Heringen sichern. Oben in die obere Schiene der Markise kommen dann logischerweise die Stürmsicherung von Wurmen. Das ist jetzt nicht für starken Wind geeignet, aber tut genau, was wir uns erhofft hatten. Perfekt gerade jetzt im Frühjahr. Die Sonne scheint durch und man sitzt windgeschützt. Es gibt sogar Seitenteile dazu. Fiamma Blocker Pro, Link im Text oder auf WomoBlock. Trenneinsatz Flexaport Wir haben über ein solches System schon mal vor über einem Jahr berichtet. Damals war es ein Tüftler, der für den 3D-Drucker etwas entwickelt hat. Nun gibt es von Flexaport ein ausgereiftes System, das aus eurer normalen Toilette eine Art Trenntoilette macht. Matthias Riekeles hat sich bei uns gemeldet und mir seinen Flexaport geschickt. Wir haben dann telefoniert und auch hier ist jemand, der mit Leidenschaft sein Thema vorantreibt. Um was geht es? Nicht jeder will seine Toilette im Wohnmobil umbauen, aber dann und wann mal längere Zeit ohne Entsorgung auskommen. Daher hat Matthias Einsätze für die gängigsten Toiletten entwickelt, von Dometic und Headfahrt. Und das gerade mal ab 29,90 Euro. Dabei wird dieser Einsatz in die Toilette eingelegt und kann auch dort verbleiben. In den Einsatz setzt man einen Behälter ein. Es gibt ihn in 0,8 oder 1,15 Liter. In den Behälter wiederum kann man Beutel einlegen. Dort werden die Fäkalien aufgefangen. Der Urin läuft dann wie gewohnt in die Kassette. Den Beutel entnimmt man nach dem Klogang und entsorgt ihn wie jeden Hundebeutel auch. Die zweite Variante ist, man legt in den Becher eine handelsübliche Filtertüte und schmeißt dann die Hinterlassenschaften direkt weg oder wieder in den Beutel. Soweit die Theorie. Funktioniert es auch, haben wir uns gefragt. Und wie groß ist der Ekelfaktor? Also haben wir es ausprobiert. Und ja, die Tüte einlegen ist gar kein so großes Problem. Sein Geschäft machen ist ebenfalls kein Problem. Alles landet genau dort, wo es hin soll. Und erstaunlicherweise auch komplett getrennt. Also man pinkelt nicht aus Versehen den Beutel voll. Den Beutel herausnehmen, ja das wird jetzt nicht jedermanns Sache sein. Okay, wenn ihr einen Hund habt, dann habt ihr das schon tausendmal gemacht und gesehen. Beutel verknoten und ab in den Restmüll. Also ja, es funktioniert. Der Einsatz und auch der Behälter kann dauerhaft in der Toilette verbleiben. Wenn ihr dann wieder die Toilette benutzen wollt, nehmt ihr ihn einfach heraus. Tipp nach jedem Toilettengang, gleich einen neuen Beutel hier reinlegen. Denn sollte es dann mal schnell gehen müssen, ist alles vorbereitet. Ich habe beim ersten Bericht damals schon gesagt, tolle Sache für Leute, die nur gelegentlich länger autark sein wollen oder die Trennentoilette ausprobieren möchten. Gewöhnungsbedürftig ist es schon, sich nach dem Klogang nochmal mit den eigenen Fäkalien zu beschäftigen. Aber ja, es klappt und man macht sich auch nicht mutzig oder die Hände wascht jedoch hoffentlich ansonsten auch nach jedem Klogang. Die Einsätze gibt es für viele Toilettenmodelle und einige werden noch folgen. Und bei 29,90 Euro kann man das Trenntoilettenfeeling einmal testen, ohne viel zu riskieren. Wie schon gesagt, wenn ihr Interesse am Thema Trenntoilette habt, haben wir diesen Video. Wirklich jede Frage dazu habe ich in unserem Kompendium damals ausführlich beantwortet. Von Durchfall bis Sumpfgebiet. Oder auch wohin mit dem Klopapier. Ach ja, und das Klopapier. Da ihr ja hier Beutel habt, könnt ihr das Toilettenpapier gleich mit hineintun. Im Restmüll landet das alles am Ende in der Verbrennung. Einziger Kritikpunkt an dem System, man produziert viele Fäkalienbeutel. Beim Hund sagt man Kotbeutel. Und da landen schon heute millionenfach welche in Wülle. Warum eigentlich? Vielleicht wäre ein geschlossener Eimer, in dem die Fäkalien gesammelt werden und dann auf einmal geleert werden, keine schlechte Idee. Ansonsten klappt das System reibungslos. Man muss halt den Anblick seiner Hinterlassenschaft ertragen können. Und ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen Benutzer die größte Hürde ist. Wer damit kein Problem hat, bekommt hier eine günstige Lösung für das leidige tägliche Entsorgen. Denn der Vorteil liegt ja auf der Hand. Ihr entsorgt eure Fäkalien im Restmüll und der Urin landet in der normalen Toilettenkassette. Die fasst um die 16 Liter und hält dann mindestens drei, ja vielleicht sogar fünf Tage, bevor sie geleert werden muss. Das ist schon ein deutlicher Zeitgewinn zur normalen Schwarzwasserentleerung, die ja meist doch täglich erfolgen muss. Links auf WOMO-Blog oder unten im Text. Poi-Info, Blitzerwarnen. Da habe ich lange mit mir gerungen, ob ich euch das nun erzähle. Denn in manchen Ländern ist das Benutzen dieses Gerätes eine Ordnungswidrigkeit. Also checkt erst vorher, ob ihr das Gerät in dem Land, in dem ihr gerade fahrt, auch benutzen dürft. Um was geht's? Das hier ist der Poi Pilot Connected. Das kleine Gerät erkennt, wo ihr seid und wie schnell ihr fahrt und weiß, ob in der Nähe eine Gefahrenstelle oder auch ein Blitzer steht und warnt euch rechtzeitig davor. Dabei greift es auf die Datenbank von Poi Base und von Blitzer.de zu. Mit 4 Millionen Nutzern werden innerhalb kürzester Zeit Gefahrenstellen und Blitzer im System gemeldet. Das funktioniert. Das funktioniert im Übrigen in ganz Europa und das zuverlässig, wie wir gerade in Österreich erleben durften. Eingebaut sind in dem kleinen Gerät neben einem GPS auch eine SIM-Karte, hat also immer eine eigene Internetverbindung. Stationär kann man es in ein Auto einbauen, gibt dafür eine Halterung oder ihr legt es einfach irgendwo rein. Aber ihr könnt natürlich dieses Gerät auch in jedes andere Auto mitnehmen. Einfach an den Zigarettenanschlüssel, einfach an den Zigarettenanzünder oder an eine USB-Steckdose Stöpsel einschalten. Poi Pilot Connected hat einen Akku, der 6-12 Stunden hält, aber auf längeren Fahrten solltet ihr den Stromanschluss wählen. Poi Pilot startet. Akkustand 90%. Was macht das? Eine nette Ansage weist euch während der Fahrt auf Gefahrenstellen und Blitzer in der Nähe hin. Das können liegen gebliebene Autos, Reifenteile oder Unfallstellen sein. Oder eben auch Blitzer. Die fest installierten Blitzer hat Poi Base in einer Datenbank und mit dem Kauf bekommt ihr drei Jahre das Update dazu. Von blitzer.de kommen dann die Ad-Hoc-Warnungen und die Blitzer, die kürzfristig mal aufgestellt werden. Diese Daten bekommt ihr ein Jahr, dann müsst ihr das Abo verlängern, kostet 2 Euro im Monat. Wie funktioniert es? Man schaltet das Gerät ein, ihr habt es gerade gehört. Kann zwar auch alles irgendwie an einem kleinen Kasten einstellen, aber viel einfacher ist es über das Webinterface. Dort anmelden, Gerät einmalig koppeln. Einmal eingerichtet ruft man einfach die Webseite auf und konfiguriert, was einen interessiert. Wo man hinfährt, wie man gewarnt werden will. Ob das Display an sein soll und solche Sachen. Total easy und auch für Laien gemacht. Ab dann bekommt ihr Live-Meldungen von Blitzern aller Art. Oder bekommt eine Warnung beim Überschreiten einer selbst festgelegten Geschwindigkeit. Das mache ich gerne, denn ich will gar nicht über 110 Stundenkilometer in schnell fahren und da ist es gut, wenn mir das ab und zu mal jemand sagt. Man bekommt außerdem eine Warnung zur Geschwindigkeitsüberschreitung vor einem Blitzer. Kann sich Geschwindigkeit, Uhrzeig, Abstand vom Blitzer oder zur Gefahrenstelle und Art des Blitzers ansagen lassen. Naja, und noch vieles mehr. In 340 Metern stationärer 70er Ampelblitzer Das Gerät funktioniert per eingebauter SIM-Karte, die übrigens keine weiteren Kosten verursacht. Das ist im Kaufpreis enthalten. Was bringt's? Ich fahre wirklich und willentlich immer das, was angeschlagen ist. Aber ja, manchmal habe ich nicht gesehen, dass von 100 auf 70 reduziert wurde. Oder bin einfach knapp zu schnell gefahren. Ich halte mich da nicht an den Tacho, sondern an mein GPS. Und gerade bei den vielen Tempo-30-Zonen in den Städten ist man schnell mal zu schnell. Oder wie in Frankreich, ich habe am Ortseingang kein Schild gesehen, dachte es sei 50 erlaubt. Pustekuchen. Und deswegen ist es gut, wenn man das gesagt bekommt. Zwar zeigt Google Maps und manches Navi mittlerweile auch die Geschwindigkeit an, aber oft hat man die Geräte gerade dann nicht eingeschaltet, wenn man sie braucht. Dieses Gerät ist einfach immer da. Eingeschaltet erledigt es seinen Job. Jetzt lasst uns nicht darüber streiten, ob das erlaubt ist oder nicht. Das müsst ihr schon für euch selbst entscheiden. Abgesehen davon darf der Beifahrer, soweit ich weiß, einen Blitzerwarner benutzen. Fakt ist, in Österreich wäre ich auf der letzten Fahrt in zwei Blitzer hineingefahren. Wenn das Teil sich nicht gemeldet hätte, dann ging es bergab und der Wagen wurde einfach zu schnell. Und erst der Hinweis, 70 Kilometer Blitzer, du bist zu schnell, hat mich das korrigieren lassen. Und wahrscheinlich wäre damit das gute Gerät schon bezahlt gewesen. Die Ansagen sind gut und verständlich, auch laut genug. Manchmal bekommt man auch eine Warnung vom Blitzer auf der Nachbarstraße, aber na gut, damit kann ich leben. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Einschalten das Gerät, zieht sich das neueste Update, losfahren, läuft. Die Einstellung habe ich im Webportal bislang einmal geändert, ansonsten läuft das einfach. Also alles sehr easy. Link zum POI Pilot Connected im Text unter dem Video oder FOMO Blog. Jetzt kommen wir zu einem Thema mit brutalen Bildern. Die unter euch mit schwachen Nerven sollten nun weiterspringen, denn jetzt seht ihr, was passiert, wenn ihr mal einen Unfall mit eurer Weißware hattet. Jeder ahnt, so ein Wohnmobil ist im Grunde eine Holz- oder Plastikbox. Wenn du mit der irgendwo dagegen fährst, bleibt nicht viel übrig. Aber auch einfache Unfälle sehen fürchterlich aus und trotzdem lassen sie sich reparieren. Angela Rauert von Rauert Reisemobil hat mir diese Bilder freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Schon heftig, wenn man das so sieht und im ersten Augenblick dachte ich, total Schaden, den kann man nur verschrotten. Aber die Profis in der Werkstatt arbeiten für verschiedene Hersteller und sind speziell für solche Schäden ausgerüstet und ausgebildet. Die Reparatur kostet dann schon mal 15.000, 20.000 Euro, aber immer noch besser wie ein Neukauf, gerade zur Zeit, wenn der Markt doch völlig leergefegt ist. Ganz am Ende kommt der Wagen übrigens in eine Berieselungskammer und wird auf Dichtigkeit und auf Herz und Nieren nochmal überprüft, bevor er an den Besitzer zurückgeht. Jetzt wünsche ich euch und uns, dass uns das niemals passiert. Aber mit der Story bin ich etwas beruhigter. Man kann sowas wirklich wieder reparieren lassen. Danke an Rauert Reisemobile in Westerstädte. Sollten wir mal in der Gegend sein, schauen wir bestimmt mal bei euch vorbei. Das ist schon sagenhaft, was ihr da drauf habt. Rauert Reisemobile verlinke ich euch unten im Text oder auf womo.blog. 3D-Druck für das Wohnmobil Im Forum Reisemobiltreff geht es zur Zeit um das Thema 3D-Druck für das Wohnmobil. Dort finden sich Leute, die sich alle möglichen Halterungen und Ersatzteile selbst drucken. Hier bekommt man aber auch Unterstützung, wenn man selbst mit dem Drucken anfangen möchte oder ein spezielles Ersatzteil benötigt. Wer sich für das Thema 3D-Druck interessiert, der findet hier einen guten Startpunkt. Unser Gastautor Hannes Schlee hat auf womoblog schon einen Artikel über Camping und 3D-Druck geschrieben. Wenn euch das interessiert und ihr vielleicht selbst mit dem 3D-Druck liebäugelt, dann schaut doch mal rein. Denn Hannes erklärt nicht nur, wie es geht, sondern auch, woher man Vorlagen zum Drucken aus dem Internet bekommt oder man sich Vorlagen selbst erstellt. Links auf womoblog und im Text. Wir haben wieder Bücher für euch. Alle kommen diesmal aus dem Bruckmann Verlag. Da haben wir zum einen Eifel, Pfalz und das Dreiländereck aus der Reihe Kleine Auszeiten. Wir hatten euch die schon mal vorgestellt, damals war es Ostseeküste, Allgäu und so weiter. Gemein ist diesen Büchlein, dass die Autoren sich auf Highlights beschränken. Das ist nun kein Almalach über die Region, sondern man findet für seine Reiseplanung ein paar schöne Flecken, die bewusst nicht aller Welts Highlights sind. Wir hatten dazu mehrere Interviews mit den Autoren. Und ich fand das sehr spannend. Verlinke ich euch auch. Und Nadjas Lieblingsbuch ist das Buch Camp and Hike Deutschland von Marion Landwehr. 100 Wanderungen und Camping und Stellplätze. Und das in allen Teilen Deutschlands. Wenn ihr gerne wandert, aber auch Roadtrips macht, dann stellt ihr euch mit diesem Buch rasch eine Tour zusammen. Die guten Stellen und Campingplätze mit tollen Wandertouren kombiniert. Das ist dann nicht nur eine Tour pro Platz, sondern manchmal ein ganzer Wanderurlaub. Einiges kannten wir schon aus der fränkischen Schweiz oder der Pfalz. Nett erzählt und gut recherchiert, dazu mit vielen einladenden Bildern. Kamp und Hike aus dem Bruckmann Verlag. Uns würde jetzt noch das Pendant zum Thema Biken interessieren. Vielleicht kommt das ja auch irgendwann. Campingplätze und E-Bike-Touren. Das wäre noch was für uns. Alle Links auf homoblog und im Text unter dem Video. Wir sind am Ende angekommen. Schön, dass ihr... Nee, Quatsch. Nadja, was hat dir heute am besten gefallen? Mir gefällt das Buch Camp und Hike Deutschland sehr gut, weil ich glaube, da haben wir einfach auf unserem nächsten Pfalztrip mal wieder so eine ganz nette Kombination genannt von Stellplatz und dazugehöriger Wanderung. Kann man uns ein paar Anregungen holen. Mir fehlen allerdings die hessischen Mittelgebirge, Odenwald, Spessart und Rhön ein bisschen in dem Buch. So in der Mitte Deutschland ist da ein bisschen Loch. Aber wir werden es in der Pfalz testen. Bei mir ist die Entscheidung heute echt schwer. Boxio finde ich ziemlich cool. Auch Flexaport ist ein Versuch wert. Schade, dass es das nicht früher gab. Dann wären wir wahrscheinlich viel früher zur Trenntoilette gekommen. Aber klar, für mich ist es der Wurmi-Clip. Gerade weil ich weiß, wie viel Gehirnschmalz da drin steckt und wie viele Ideen im Vorfeld verworfen wurden. Das ist für mich echt das absolute Highlight. So einfach wie genial. Jetzt sind wir wieder am Ende angekommen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Clip gefallen. Dann gebt uns ein Like, abonniert natürlich unseren Kanal und besucht unser Wurmo.blog. Da warten viele Produkttests, Selbstbauanleitungen und Reiseberichte auf euch. Schreibt uns doch einmal einen Kommentar. Diskutiert mit uns. Wir freuen uns über jede Mail. Und ich schaue jetzt mal, was morgen so kommt.